moin herzlich willkommen zu einer neuen folge hier auf johns moba und ja heute mal in einem etwas anderen format ich dachte weil es ein bisschen feedback von euch gab zu einigen blog reviews dass die doch relativ lang geraten sind und das wird heute auch nicht viel kürzer wahrscheinlich dass wir das einfach mal in einem anderen format machen schreibt es mal unten rein ob ich das jetzt besser oder schlechter gefällt als die bisherigen blog reviews und je nachdem wieso das feedback ist werden dann auch die nächsten wieder gestaltet was habe ich euch heute mitgebracht das hier und zwar ist das eine v200 von roko seht ihr hier natürlich wieder in der dreileiter wechselstrom variante digital für meine anlage und diese lokomotive hier kostet nur knapp um die 100 euro aktuell im handel und deswegen hatte den weg zu mir gefunden denn ich möchte mit euch jetzt heute mal rausfinden was ich bei der firma roko denn für 100 euro ungefähr bekomme und ob das ein guter deal ist oder ob man da eher die finger von lassen sollte und das werden wir heute gemeinsam herausfinden ganz vorab ich habe mit der lokomotive ein paar dinge erlebt die habe ich noch mit keiner anderen neuen lokomotive in den letzten zwei jahren erleben muss ich ganz klar sagen ja und was das ist das erfahrt ihr heute ja dann könnt ihr entscheiden ist das eine lokomotive für euch wenn ihr wisst das kann passieren oder ist das eine lokomotive von der ihr lieber die finger lässt fangen wir mal generell mit dem modell noch nicht an sondern erstmal mit der verpackung das ist so ein typischer lockkasten von roko der ist ziemlich stabil hochwertiger karton muss man sagen da drin ist dann papier kram machen wir gleich kein klassischer blister sondern nur so ein einsatz da kommt die lokomotive war ein und außen rum ist dann schaumstoff ist aber auch echt gut und hier oben sind dann noch zwei aussparungen und die sind auch tatsächlich voll mit zuges teil komme ich gleich noch mal also das ist wirklich massen an zuges teilen dabei ein paar habe ich hier noch da seht ihr so ein paar das ist echt so viel dass ich das dann gar nicht mehr wieder reingestopft bekommen echt krass so und dann haben wir eben noch eine ganze menge papierform hier was da spannend ist die anleitung ist ist sehr detailliert ihr wisst ich mag detaillierte anleitung bei lokomotiven und das ist wirklich der knaller seht ihr hier beschrieben bis zum auseinandernehmen der kardanwellen und des motors habe ich hier wirklich alles ja was wartung angeht das ist wirklich bei einer nagelneuen lokomotive heute digital bereich was besonderes bei märklin zum beispiel wisst ihr jetzt aus anderen log reviews von mir oder selber da ist gar nichts mehr beschrieben da kann man einmal zwei schrauben aufmachen kann vielleicht einen rauchsatz reinsetzen den motor seht ihr gar nicht mehr bei den neuen hochwertigen lokomotiven kohlenwechsel sowas keine chance keine chance braucht man vielleicht auch nicht mehr aber wenn ich jetzt mal eine lokomotive die nächsten 30 jahre betreiben will ist es vielleicht mal gar nicht so unhilfreich das zu können das ist hier alles beschrieben und es ist eine ersatzteilliste dabei so dass ihr auch die teile für die lokomotive alle als ersatz immer bekommt zumindest solange roko eben noch als als teile liefert das ist also schon mal verpackung anleitung ersatzteile daumen hoch was allerdings dann euch negativ auffällt wenn ihr diese lokomotive aus dem kasten nehmen dann seht ihr nicht dann sieht die nicht so aus wie das was ihr jetzt hier gerade seht denn was die dann nicht hat wenn ihr sie rausholt ist die ganzen kleinen griffe wie hier dran sind ja seht ihr das also hier diese kleinen griffe dieser hier zum beispiel da oben der und auch an den türen dieser metallgriff stand die sind alle nicht an der lokomotive verbaut sondern die müsst ihr selber noch anbauen die kommt also quasi als ein halber bausatz zurück ich habe hier die selber mini version gemacht also vorne jeweils die griffe angebaut und die griffstangen an den türen hat mich gekostet ungefähr eine halbe stunde und ein bisschen gefluche denn die teile sind wirklich klein und weitere kritikpunkt sie sind aus plastik andere lokomotiven im h0 bereich die ein bisschen hochwertiger sind da ist das alles aus metall und ich hatte aber auch schon eine lokomotive in der gleichen preis range könnt ihr bei mir gucken hier verlinkt der triebwagen von lilliput der vt 62 er hatte auch so ganz filigrane kleinen teile und die waren aus metall und die waren schon fest verbaut an der lokomotive oder einen triebwagen und der hat kostet oder kostet aktuell auch noch beim modellbahnunion 79 euro ich habe glaube ich damals noch mehr bezahlt also jetzt habe ich neulich gerade gesehen zum zeitpunkt der aufzeigung des videos hier beim modellbahnunion für 79 euro und das ist ja schon mal ein knaller gut der vp ist deutlich höher von dem triebwagen aber ja das war hier eben nicht der fall das hat mich schon mal gestört weil die sah am anfang als man sie rausgeholt hat aus der packung sei einfach nicht so cool aus wie sie jetzt aussieht dann habe ich sie aufs gleiches gleis gesetzt und das blende ich euch jetzt mal ein jetzt und zwar schalte ich jetzt einfach mal hierhin fahrstufe 1 unterschalten mal wieder zurück in fahrstufe 1 in die andere richtung so und dazu muss man jetzt wissen die lokomotive hat keinen sound generator das ist einfach das was hier out of the box kommt und das wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen weil das finde ich schon ein bisschen enttäuschend tatsächlich wenn man überlegt dass das eine nagelleut neue lokomotive ist ich hatte das schon mal bei einer gebrauchten lokomotive von pico da war das ähnlich aber bei einer ganz ganz neuen lokomotive hatte ich das so noch nicht was ich jetzt mache ich gebe ihr natürlich die chance sich eine halbe stunde in jede richtung einmal einzufahren und dann schauen wir uns das gemeinsam nochmal an was denn hier eigentlich sache ist ob die fahreigenschaften sich dadurch verbessern die chance müssen der lokomotive lassen das steht nämlich auch explizit in der anleitung drin dass man das machen sollte steht eigentlich bei jeder lokomotive die meisten brauchen es nicht also die meisten sind so gutes beispiel ist das letzte video gewesen zur b24 von märklin draufgestellt erkannt von der mobile station vollgas eine runde habe ich euch gezeigt funktioniert wunderbar das lasse ich jetzt wenn das so schon klingt beim ersten anfahren hier definitiv da möchte ich nichts kaputt machen deswegen geben wir der jetzt einfach mal die chance hier eine halbe stunde sich einzufahren in der hoffnung dass es dann besser wird bevor das allerdings soweit ist zeigt euch einfach noch einmal dass jetzt noch mal im kopf habt und dann könnt ihr gleich vergleichen wie es denn später ist das ist krass oder ihr habt jetzt gehört wow da war ich echt enttäuscht also muss muss man sagen da war ich echt enttäuscht das war in den niedrigen fahrstufen in beide richtungen plus wenn ich ein bisschen schneller gefahren bin er hat die extrem geruckelt also immer so die hat wirklich extrem geruckelt und das hatte ich bisher noch auch bei gar keiner neuen lokomotive ja bei jeder lokomotive steht drin du musst die erst mal ein fahren mindestens 30 minuten in jede richtung aber dass eine lokomotive wirklich so extrem schlecht klingt direkt nach dem ersten raussetzen aus gleis und dann auch tatsächlich diese einfahrt zeit braucht und die ganze zeit am anfang rum gejuckelt ist und gequitscht hat und sowas das habe ich auch noch nicht erlebt ganz krasses ding nach 30 minuten einfahrt zeit in beide richtungen hatte sich dieses thema bei höheren geschwindigkeiten gegeben da war alles richtig richtig gut was bei fahrstufe 1 und 2 passiert ist das seht ihr jetzt ihr seht ja der unterschied war quasi null also muss man echt sagen quietschte immer noch ich war noch mal enttäuscht dann habe ich mir gesagt gut du machst ja bei so einem block review nachdem die jetzt eingefahren ist auch mit den geschwindigkeitstest den fahrtest und den hat die lokomotive eigentlich gut bestanden bekanntes spiel da steht sie und wir drehen jetzt mal mit den bergsausstellen einstellungen einmal voll auf also die brems und beschleunigt doch ziemlich schnell und da können wir uns natürlich jetzt die frage stellen woran liegt das das liegt tatsächlich daran wenn wir hier mal reinschauen wollen im log bearbeiten der mobile station und dann könnt ihr das hier unter acc und dcc sehen der standardwert den der decoder hier mit liefert ist sechs beziehungsweise bei der bremsung drei das ist natürlich krass wenig hier würde ich definitiv mehr empfehlen wir hier auf dem mal bleiben beim acc würde ich hier definitiv in der beschleunigung vielleicht den wert von 25 jetzt mal erstmal für den ersten moment hier einstellen dann müsste das doch schon wieder ganz ganz anders aussehen die dampflokomotiven die ich zum beispiel hier auf der anlage fahre die liegen irgendwo bei 60 oder so also wir machen noch mal das gleiche da seht ihr dass die beschleunigung wird schon deutlich angenehmer also einzige war eben dass der decoder ab werk so ganz komisch eingestellt war mit geschwindigkeit drei geschwindigkeit sechs ein bisschen also beziehungsweise beschleunigung bremszeit drei und sechs das war jetzt wirklich ein bisschen crazy naja aber das kann man ja einstellen das ist ja kein großes problem ansonsten super fahreigenschaften bis auf dieses quietschen beim langsam fahren was wirklich für mich zeigt da ist irgendwas nicht ganz in ordnung ich habe dann natürlich noch nicht aufgegeben ich habe dann weitergemacht und wir machen immer einen innenraum check hier und den machen wir jetzt einfach mal live hier im video der ist nämlich bei der lokomotive relativ leicht und da kann ich euch auch zeigen was ich gemacht habe wenn man hier reinschauen möchte gibt es hier zwei schrauben die man lösen muss und zwar sind die beiden hier oben im dach drin vorn und hinten da seht ihr sie da und da und dann kann man hier das gehäuse abnehmen das gehäuse ist komplett einfach nur plastik bedruckt und dann seht ihr hier schon den innenraum der lokomotive beziehungsweise ihr seht erst mal eigentlich gar nicht viel wir haben also hier im führer stand auf der einen seite mit einer figur ist auch einigermaßen detailliert also kann man jetzt gar nicht sagen für 100 euro lokomotive erwarte ich da jetzt nicht mehr auf der anderen seite ist keine figur ihr könnt aber jetzt theoretisch das mannequin von hier nach da setzen ihr wollt und dann habt ihr hier schon den decoder der hängt ja einfach so in der gegend da ist nichts drauf es gibt auch keine decoder anleitung die cv's erklärt oder sowas nichts gar nichts das ist echt crazy beziehungsweise ein bisschen enttäuschend und auf der anderen seite seht ihr das hier das ist metall warum ist das metall da kommen die schrauben vom gehäuse die kommen da rein das heißt im gegensatz zum beispiel eben auch zu dem lilliput wagen den ich eben so gelobt habe wo ich nicht mal schrauben hatte wo ich das einfach zusammen geknipst habe habe ich hier schrauben die wirklich in metall reingehen nicht mal in plastik bei vielen anderen modellen gehen die in plastik rein bis nach zehn jahren kaputt metall gewinde einer schraube wird zum schrauben sehr hier quasi unkaputt war muss man ganz klar sagen genau da sind wieder zwei schrauben die kann man hier lösen das machen wir jetzt auch noch mal ganz kurz und weiter gehen wir dann nicht rein die schrauben übrigens auch wieder ins plastik gucken wir mal ob ich die schon weit genug gelöst habe hier auf der einen seite seht ihr ja auf der anderen noch nicht ganz so das ist also dieses metall teil hier ich verlieren die schraubchen was da eingebaut ist und dann sehen wir hier ein bisschen mehr darunter nächste ebene wäre dann der motor aber was ihr hier sehen könnt schaut man da vor diesen lichtleitern das sind normale glühbirnen da normale glühbirnen finde ich jetzt nicht so pricke also da hätte ich jetzt ehrlich leds erwartet und ich glaube inzwischen sind leds ja auch günstiger was übrigens auch nachteil ist das sind normale glühbirnen und diesen festgelötet auf der platine also das ist wirklich mist weil wenn die mal kaputt gehen und die gehen ja häufiger kaputt ja was machst du denn da musst du den hier rumlöten auf der platine bei einer anfänger lokomotive das ist wirklich mist was ihr hier aber seht wie der farbwechsel der lokomotive da gelöst ist relativ einfach also hier der eine lichtleiter hat einfach einen roten farbklecks drauf viel tiefer kommen wir gar nicht denn das ist auch so ein punkt habt ihr euch vielleicht gewundert bei einigen der letzten blog reviews warum bin ich so auf die länge der kabel immer eingegangen dass die so lang sind dass man die platine hochnehmen kann ja da sieht jetzt mal jetzt haben wir es mal live es gibt auch lokomotiven da geht das nicht also wenn ich die platine hier hochnehmen will tatsächlich muss ich die lötpunkte lösen denn diese schwarzen kabel die hier hochkommen zur platine die sind so kurz die kann ich gar nicht abnehmen was wir machen können dass wir können wir einen blick auf den motor werfen seitlich zumindest kann man hier diese abdeckung vom motor raum hier so ein bisschen den motor hier darstellen sollen weil die motoren meiner v200 komme ich gleich mal drauf da ist er motor mit schwungmasse und dann eben direkt kardanwellen auf beiden seiten ja also der motor selber ist auch soweit ich das sehen konnte gar nicht mal so unhochwertig also wirkt zumindest sehr hochwertig aber der ist die quelle allen übelst denn der quietscht mich fuchs das ganze thema mit dem quietschen der lokomotive doch massiv weil ich habe jetzt wirklich alles geült und gefettet was man so findet also seien es hier die schnecken seien es die kardanwellen seien es eben die ansatzpunkte des motors und jetzt seht ihr immer die lokomotive in offen auf dem gleis das heißt wir haben hier die lütten lämpchen die die fahrtrichtung anzeigen da seht ihr auch so funktioniert der fahrtrichtungswechsel an der stelle dann ja relativ leicht und jetzt schalte ich mal auf fahrstufe 1 dann seht ihr auch schon ein teil des problemes und ich tippe mal das wird sich einfach nur über die länge des betriebs theoretisch ändern können ich habe es mal angeschaut wenn ihr direkt davor steht oder daran haltet das geräusch kommt hier direkt aus dem motor und ihr hört ihr auch wie ich jetzt durch druck hier quasi das geräusch verändern kann das ist wirklich ein widerstand der einfach im motor drin ist dann können wir das ganze hier wieder zusammensetzen da brauche ich mal kurz hier beide hände führen dass wir da nichts kaputt machen und ja ansonsten muss man sagen ist da am innenraum jetzt nicht viel zu erklären oder zu zeigen das auf und zu machen habt ihr gesehen das geht unglaublich schnell wenn wir das hier live im video machen können ist das nicht so anspruchsvoll und da man hier ja schraubt und zwar immer in metall schraubt ist das für mich jetzt auch hier eine sache die kann man auch 20 mal machen oder 30 mal ich musste das tatsächlich schon relativ häufig machen denn ich habe ja versucht diesen motor dazu kommen dass er eben in der fahrstufe eins und zwei nicht mehr quietscht ich habe es leiser bekommen ich habe auch da ein spezielles getriebeöl da noch mal verwendet was sie eigentlich bei den spur z-blocks verwenden unter super erfahrung mitgemacht habe das hat hier auch nicht wirklich geholfen ja also das ist so mittelmäßig gut ansonsten in raum platine so lala weil die kabel so kurz sind led gibt es nicht nur normale glühbirnen dafür den daumen runter und ja die tatsache dass der motor so quietscht können wir das jetzt zum innenraum rechnen ich weiß es nicht ja aber was ganz cool ist positiv angemerkt ist dass die lichtfunktionen hier tatsächlich realistisch sind das heißt wir haben hier zwei lampen unten und oben seht ihr hier dass da drüber ist der lüfter dann hier drunter diese beiden punkte der eines rot der andere es weiß dann das ist über diese lichtleiter ziemlich gut gelöst auch wenn sie eben konventionell beleuchtet werden auch ansonsten ist der aufbau gerade das ganze thema schrauben in metall hochwertig muss man sagen für 100 euro lokomotive ist das hochwertiger als manche 3400 euro lokomotiven die ich da schon gesehen habe macht jetzt die fahreigenschaften nicht besser ok aber muss gesagt werden ist vom aufbau her qualitativ hochwertig hätte die jetzt nicht beim motor gepatzt gerade lokomotive hätte ich absolut euch die befehlung geben können jetzt schon wenn wir da mal reingucken ein bisschen detaillierter wie ist das modell eigentlich aufgebaut da muss man tatsächlich sagen haben wir schon für 100 euro finde ich ein relativ hohes detail klar das mannequin hier vorne der fahrer der ist jetzt nicht tausendprozentig kreiser exclusive line oder sowas nein das ist einfach nur ein kleines china mädchen was da drin sitzt die lokomotive ist ja made in china glaube ich oder made in vietnam irgendwo stand das hier made in vietnam ja also ist so ein kleines etwas ja angedeutet bemaltes männchen mehr gibt es da nicht so zu sagen generell ist die lokomotive aber sehr gut getroffen also design und vorbild gehe ich gleich noch mal drauf ein aber vom ansatz her ist sie sehr gut getroffen ich habe einen führerstand der relativ detailliert ist ich habe hier einen motorraum auf beiden seiten in den ich reinschauen kann ich habe hier oben auf dem dach diese lüfter relativ erhaben sogar ja also das sieht richtig richtig gut aus vermittelt jetzt nicht den eindruck einer günstigen lokomotive das muss man mal ganz klar sagen auch dann die bedruckung auf der gesamten lokomotive ist wirklich exzellent soweit ihr das da jetzt sehen könnte im video aber die ist wirklich richtig 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 gut keine fehler keine probleme und auch diese v linie hier wenn ich sie mal also dieses v hier vorne ist wirklich richtig schick das sieht richtig gut aus und auch diese kleinen griffstangen hier die sehen dann gut aus am ende werden sie aus metall und vorher angebaut werden noch besser ja und es geht ja anscheinend auch für den preis bei anderen herstellern unten an den rädern und die radkästen oder die getriebe wie auch immer man das da nennen will die sind finde ich auch von der detaillierung her ist es jetzt nicht erkennbar dass das nur 100 euro lokomotive ist die sind auf einem hohen niveau ausgeführt muss man tatsächlich sagen das ist richtig gut also detaillierung muss ich sagen für 100 euro daumen hoch wären die scheibenwischer noch extra angesetzt und die griffstangen hier schon dran und eben nicht aus plastik sondern aus metall denke ich mal wäre es eine absolute 1 plus aber dann wäre es auch ein bisschen teurer von den funktionen her muss man sagen ist die lokomotive relativ eingeschränkt also sie kann fahren und sie hat eben einen rot weißen lichtwechsel der mit einem intelligenten system auch ordentlich gesteuert wird das heißt also dass wirklich die lampen lampen auch wechseln ja und das war es es gibt zu dem decoder keine beschreibung es gibt keine weiteren infos gar nichts das ist tatsächlich eine sache das finde ich traurig das finde ich schade da hätte man irgendwie mal wenigstens ein zwei sätze zu schreiben können von roko denke ich naja so kann die halt nichts wäre noch ganz cool gewesen wenn man jetzt hier irgendwie für fünf oder zehn euro mehr am ende eine führerstand beleuchtung beidseitig gehabt hätte oder eine beleuchtung vom motorraum irgendwie sowas das ist ja jetzt kein ding was irgendwie geld kostet das ist halt eine led mehr oder eine normale glühlampe wenn man jetzt hier wie roko unbedingt glühlampen verbauen will und anscheinend irgendwie probleme leds hat oder so ja genau dann haben wir hier im motorraum habe ich gerade erwähnt der ist hier so ja der ist halt irgendwie dargestellt das ist jetzt nicht über detailliert aber man guckt halt nicht ins nix und ich denke so einsteigerbereich ist das schon in ordnung was mir aufgefallen ist bei der lokomotive wir haben tatsächlich hier auf der dachlandschaft in der mitte auch relativ detailliert die dampfheizung dargestellt oder zumindest den auspuff der dampfheizung und da würde ich jetzt mal an der stelle auch mit euch hier rüber gehen zum thema historie und vorbild und ja wenn euch historie und vorbild gar nicht interessieren habe ich hier irgendwo ein timestamp für euch jetzt springt einfach rüber denn das könnte im moment länger dauern aber extrem spannend wenn wir uns die v200 angucken woran erinnert uns die irgendwie an alle diese diese strecken lokomotiven aus der zeit also ja das ist die absolute ikone der bundesbahn aber wenn ihr euch die form betrachtet hier mit dieser nase quasi vor den fenstern und dann in summe quasi so ein bisschen stromlinienform das ist das typische design was in den 50er jahren für lokomotiven verwendet wurde die m y die auf also die m lizenz basis von nohab gefertigt wurde für die dänische staatsbahn zum beispiel hat auch so eine nase ist ein bisschen runde ja die ist ein bisschen runde aber das sind ja so design design spielereien dann das macht ja keinen riesen unterschied dann haben wir zum beispiel die britischen diesel lokomotiven aus der zeit auch die haben solche nasen und da hat ja auch märklin vor langer langer zeit als sie die v200 aufgesetzt haben haben sie quasi nicht nur die v200 gemacht sondern auch so eine britische class 66 oder sowas warship class glaube ich hieß die auf dem gleichen chassis einfach mal da musste man auch nicht viel machen als ein ganz bisschen die form zu ändern und dann hatte man das was will ich damit sagen diese lokomotive hier ist ein klassischer vertreter der ersten diesel strecken lokomotiven aus den 50er jahren und zwar entstanden aus den erkenntnissen und design ideen der 30er und 40er jahre und natürlich aus der motoren entwicklung die auch durch den zweiten weltkrieg noch mal weiteren schub bekommen hat bis zu diesem zeitpunkt bis diese lokomotiven hier eingeführt wurden in dieser art egal ob jetzt in deutschland in dänemark oder sonst wo da haben wir immer dampflokomotiven auf der langstrecke die züge zu gerade auch die personenzüge schnellzüge und sowas das war ganz klassisches dampftraktionsgebiet auch in den 30er jahren noch die 40er kann man mal raus lassen weil da war ja quasi jetzt zumindest in europa mit eisenbahn fahren nicht so viel aber erstmal eisenbahn kaputt machen und dann eisenbahn wieder aufbauen aber nicht so viel eisenbahn entwickeln außer quasi runter strippen von vorhanden material so typisch br 52 glaube ich heißen diese kriegs looks und sowas danach kam das wirtschaftswunder nach deutschland und tv 200 und die lokomotive hat einen riesen schub natürlich gegeben ihr müsst euch vorstellen das war ja nach dem zweiten weltkrieg waren er in deutschland hier eigentlich die bundesbahn gestartet mit ja quasi nichts wenig altem material kaputtem material die schienen waren eigentlich deutschlandweit ja kaputt das heißt also ich glaube band bahnreisen anfang der 50er jahre ende der 40er jahre in deutschland waren jetzt nicht so dass oder waren verglichen mit heute wo auch alle meckern jetzt nicht so das mega highlight weil da kommt hat man sich gefreut wenn überhaupt eine bahn fuhr tatsächlich hatten zu dem zeitpunkt aber auch noch nicht alle wirklich autos sondern die meisten leute konnten sich noch kein auto leisten haben auf dem auto gespart und in der phase kommt dann so eine lokomotive und die löst die quasi vor kriegs dampflokomotiven ab deswegen ist das so eine ikone das war das bild der neuen deutschen bundesbahn da stand ja am anfang bei den lokomotiven die ersten die ausgeliefert wurden stand hier noch ganz lang dieser große schriftzug bevor später dieses logo kam und damit war das quasi das symbol des wirtschaftswunders eine in deutschland entwickelte lokomotive diese lokomotive mittelschwere diesen lokomotiven für die strecke und eingesetzt am anfang vor quasi hochgeschwindigkeits personenzüge also plus 100 100 km h plus personenzüge waren damals natürlich noch eine besonderheit staatsgäste wenn die nach deutschland kam nach bonn dann wurde der zug gezogen von einer v 200 denn die v 200 stand damals sinnbildlich für die entwicklung und kraft der deutschen wirtschaft wie sie eben der westdeutschen wirtschaft wie sie wiederkommt nach dem zweiten wildkrieg und deswegen hat diese lokomotive so einen riesigen stellenwert bei vielen leuten auch im kopf gehabt und auch immer noch war sie so besonders also es gab ein paar besonderheiten die haben die lokomotive aber eigentlich eher schwieriger gemacht und zwar hatte die zwei motoren zwei v12 motoren der eine hier der andere da deswegen haben wir auch hier diese zwei auspüffe und dann jeweils die lüfter dazu die hatte also in summe 24 zylinder also zwei v12 das muss man mal hinbekommen das ist schon eine ganze menge und jeder von den v12 motoren hatte in den varianten die bei mark in münchen gebaut wurden die bei kraus maffay gebaut wurden in münchen hatten die jeweils 1100 ps also 2200 ps die mark variante gab es auch noch 20 stück wurden in summe wurden über 90 gebaut 20 bei mark der rest bei kraus maffay die hatten 2200 ps die davor und die mark lokomotiven hatten 1900 also um die 2000 ps war jetzt auch nicht so der hyper besondere energie boost wenn ich mal die anderen lokomotiven zum vergleich nehme die dsbm y hatte auch 1900 ps am anfang bzw 1800 auf 1000 monaten irgendwie sowas ja also für eine mittelschwere diese lokomotive absolut in der range wenn man überlegt dass die allerdings acht jahre nach dem ende des zweiten weltkriegs als die komplette produktion auf bundesdeutschen gebiet zerstört war acht jahre später liefen in münchen und in anderen städten diese lokomotiven vom band als neuentwicklung das macht sich schon wieder besonders also technisch mit den zwei motoren von der ingenieurleistung her in acht jahren das auf die beine zu stellen dass man wirklich so eine lokomotive rausbringen mit vorserien exemplaren davor und so und auch den bedarf richtig trifft hammer wenn man sich dann die historie anguckt was so dass die lokomotive gern überlastet wurde weil sie eben als mittelschwere diese lokomotive auf der strecke vielleicht doch nicht so viel power hatte wie manche leute erwartet haben deswegen wurde später die v 200 punkt 1 rausgebracht die hat einfach noch ein bisschen mehr power gehabt und jetzt fragt ihr euch vielleicht warum steht denn hier 220 die ganze zeit da auf dieser lokomotive drauf ja kann man das lesen ich hoffe ja die wurden umbenannt und zwar wurde aus der v 200 1968 bei der bundeswahn die baureihe 220 deswegen heißt diese lokomotive auch hier 220 036 strich 8 und sie hat diesen bundesbahn keks drauf also bei auslieferung hatte diese lokomotive hier das original den schriftzug deutsche bundesbahn und irgendwann in den 60ern wurde dann hier das logo umgeklebt ist tatsächlich hier auch wenn es nur 100 500 euro sind runterfallen sollte sie nicht also das logo ist hier tatsächlich nur gedruckt und darunter das firmenlogo von kraus mafai das ist auch nur gedruckt im original war das erhaben habe ich hier auch mal irgendwo ein bild noch mal für euch von wikipedia hier eingeblendet ja also so viel mal zur grundsätzlichen die historie vom anfang her warum viele auch das so als ikone sehen diese lokomotive die wurde bis 1984 eingesetzt und je mehr strecken elektrifiziert wurden desto mehr ist die eben auf nehmen bei nebenbahnen und für güterzüge quasi von von der ikone ist sie so oft abstellgleis wortwörtlich gekommen und das modell hier speziell die nummer 36 wurde 1956 ausgeliefert und 1984 dann schon wieder ausgemustert und 85 verkauft 86 verschrottet also von der dienstzeit her waren die auch gar nicht so überragend da gibt es andere lokomotiven die deutlich länger im einsatz sind die über 50 jahre dienstzeit auf die beine stellen das hat jetzt hier die v200 erst mal nicht geschafft allerdings sind die nicht alle verschrottet worden es ist ein teil in die schweiz gegangen und wenn ihr jetzt als schweizer zuguckt dann werdet ihr wahrscheinlich hier bei der sbb auch mal so was als modell vielleicht gesehen haben beziehungsweise auch live gesehen haben da haben die nicht so einen guten ruf wie in deutschland denn die sind erst in den 80ern eben in die schweiz gekommen und sie waren zumindest habe ich das so gelesen auch bei wikipedia unter anderem mehr in der werkstatt und im betriebswerk als irgendwo auf der strecke unterwegs vor güterzügen und bauzügen sollten sie eigentlich eingesetzt werden das lag primär oder liegt primär daran dass sie eben zwei motoren hat das heißt ich habe zweimal dinge die kaputt gehen können das ist ja komplett alles parallel auch wenn wir das nur im modell hier angucken seht ihr das sind einfach quasi wenn ich das hier in der mitte durchschneiden würde dann hätte ich das konzept der f7 das heißt also dieser typischen amerikanischen lokomotive aus der zeit der diese lokomotive und hier sind einfach zwar sie zweimal die gleichen teile aneinander gesetzt worden das führt natürlich dazu dass ich auch zweimal den wartungsaufwand habe dass sich zweimal teile habe die kaputt gehen können wo bei anderen lokomotiven nur ein anlasser kaputt gehen kann können hier zwei anlasser kaputt gehen und nach einem gewissen zeitraum erhöht das natürlich auch den wartungsaufwand und die wartungskosten ganz ganz klar deswegen sind die später zum beispiel in der schweiz gar nicht so beliebt gewesen es wurden welche verkauft nach italien nach griechenland und inzwischen sind auch viele davon sogar schon wieder gekommen nach deutschland zu privaten betreibern die motoren sind teilweise noch die originalen mtu also quasi mercedes benz beziehungsweise malbach motoren teilweise wurden die aber auch schon ausgetauscht gegen andere hersteller ist natürlich auch der punkt wenn ich zwei motoren habe ich habe zwei abgass systeme alle diese ganzen sachen die sind einfach teurer auf der anderen seite habe ich natürlich wenn ich zwei motoren zwei getriebe habe und so weiter habe ich natürlich auch weniger last pro motor und dann halten die wieder ein bisschen länger also hat seine vor und nachteile das system die meisten lokomotiven danach haben eben dann einen hauptmotor im einsatz gehabt oder haben ein motor das hat dann ja auch seinen grund hauptsächlich da die wartung ist natürlich der große punkt sie hatten dann eine dampfzug heizung die war hier in der mitte angeordnet die wurde auch nie in dem gesamten leben dann der lokomotive später zu einer anderen dieselheizung oder irgendwie sowas umgebaut gar nichts das blieb immer eine dampfzug heizung die ganze zahl ich weiß dass die dänische y die wurde umgerüstet später auch in den ende der 70er anfang der 80er jahre und das war wahrscheinlich für die lokomotiven schon zu spät weil die da in deutschland eigentlich nur noch güterzüge gezogen haben ihr könnt aber trotzdem heute auch noch welche davon auf den gleisen sehen also da gibt es durchaus noch welche die wieder fahren die also zurückgekommen sind und die scheinen sich da auch zu bewähren denn die lokomotive ist an sich aus der zeit wo technik noch extrem langlebig gestaltet wurde ja also die sind auf dauer angelegt und habe ich neulich auch ein spannendes video gesehen wenn ich das finde verlinke ich euch das noch mal da ging es um die ansage maschine früher von der deutschen bundespost kein anschluss unter dieser nummer das war anscheinend so ein großer kasten der in so bestimmte ja schaltungen rein gehänkte wurde es wurde also nicht zentral irgendwo gemacht sondern das war so ein aufnahmeton band was irgendwie in irgendwelche post schaltkästen reingehängt wurde immer und das hatte da in dem video mal jemand aufgemacht und da waren dann die löt punkte und löt bahn und die schalt bahn und die schaltung und sowas alles sichtbar das waren hier so fingerdicke kabel liefen da und die waren dann mit so löt punkten versehen irgendwie hier so was aus der ära stammt diese lokomotive da ist die technik noch extrem haltbar da habe ich nicht so einen fisse liegen elektronik schippt wo irgendwie in zehn jahren ein bisschen feuchtigkeit reinkommt ein ganz bisschen korrosion und ja läuft nichts mehr da muss dann quasi hier so ein finger dickes kabel irgendwie durch roten oder durchgefressen werden von einem tier damit da irgendwas nicht mehr funktioniert und wenn ist das wahrscheinlich eh nur die beleuchtung auf dem gang weil der ganze rest ohne technik klappt also insofern kann man davon ausgehen dass ihr diese lokomotiven auch noch ein bisschen länger auf den gleisen seht solange sich die Wartungskosten eben im rahmen halt Also eigentlich ein cooles modell was auf keiner bundesdeutschen anlage fehlen sollte und jetzt ist natürlich ein bisschen auch beim fazit die frage kann ich euch das modell hier empfehlen Da muss ich jetzt so ein bisschen überlegen Zielgruppe Wenn das eine lokomotive sein soll für ein kind zum beispiel oder für einen jugendlichen der eine eigene bahn hat der sich darüber freut oder für euch wenn ihr sagt ihr seid einsteiger ihr wollt ja jetzt nicht so viel geld ausgeben Wollt vielleicht einfach mal eine weitere v 200 haben dann ja Seid euch aber bewusst dass euch dasselbe passieren kann mit dem motor was jetzt bei mir der fall ist dass die also einfach in niedrigen geschwindigkeiten So quäkt die fährt jetzt inzwischen rund die die juckelt nicht mehr die zuckt nicht mehr die fährt rund Aber sie quietscht immer noch in der fahrstufe 1 und 2 auch wenn es leiser geworden ist das finde ich für eine neue lokomotive Enttäuschend muss ich ganz klar sagen es gibt aber wiederum andere punkte die ich für eine neue lokomotive in der price range von 100 euro extrem positiv und spannend finde also ja die ganze thematik Da sind keine leds drin und so das ist jetzt vielleicht auch noch mal eher negativ aber die wartungsfreundlichkeit Und die habe ich ja jetzt schon um freiwillig kennengelernt obwohl die neue nagelneu ist Ihr könnt hier alles ölen ihr könnt alles auseinander nehmen ihr habt da eine lokomotive Die lernt ihr dann in und auswendig kennen die ist also auch gut für ein anfänger wenn der mal starten will da kann man auch nicht so viel kaputt machen da drin Was kriegt man alles wieder zusammengesetzt also Aus dem blick glaube ich dass die schon langlebig ist und ich glaube auch dass sie für ein anfänger gut geeignet ist Wenn ich dann noch das äußere mit in betracht ziehe dann denke ich dass das schon eine gute einsteiger lokomotive definitiv ist sie hat schwachpunkte also hier die kleinen griffe sind definitiv ein schwachpunkt dass man die selber anbringen muss Keine leds Das ist auch ein schwachpunkt bei mir das quietschen definitiv ein schwachpunkt Die Kupplung habe ich jetzt hier die originale dran wieder Achtung wieder ich fahre sonst mit märklin kurz kuppeln Und das funktioniert auch bei bisher jeder lokomotive ob die jetzt von märklin kommt oder nicht Bei der nicht Ich habe da märklin kurz kupplung rangemacht Wagen mit einer märklin kurz kupplung ran Und bin dann über eine kurve und eine kreuzung und eine weiche gefahren also eine fiese kombination habe ich hier eine das ist so meine fiese ecke da kann ich das testen Ja und das problem war dann Den wagen hat es dann rausgerissen aus der spur Die lokomotive hier Einfach mit der kurz kupplung das hat irgendwie nicht gepasst da in der wagen hier in den puffern drin Da bin ich mir ziemlich sicher dass hier irgendwie so ein paar millimeter das zu weit geht in die falsche richtung geht in Bei allen anderen lokomotiven klappt es auch mit den wagen also am wagen kann es eigentlich nicht liegen Ja Ja also das auch noch wenn ihr zwingend mit anderen kupplungen fahren wollt Müsst ihr gucken ja mir ist jetzt wurscht der unterschied die zwei millimeter hier beim angekuppelten zustand da Macht keinen unterschied bei mir ist mir relativ egal aber es ist mir aufgefallen Insofern Halber daumen hoch kein ganzer Und in der hoffnung Dass das mit dem motor hier weiter bergauf geht also momentan ist es so je länger diese lokomotive fährt desto weniger quietscht sie Ja für ihr kriegt man update von mir ob sie irgendwann aufgehört hat zu quietschen Wenn sie so lange durchhält vielleicht wird sich auch wieder verkauft land auf ebay Denn eigentlich passt sie ja gar nicht in mein sammeln gebiet rein aber ich wollte es einfach mal ausprobieren für euch So dass ihr mal seht okay Wie funktioniert eigentlich so eine 100 euro lokomotive von roko kann ich da rein investieren oder sollte ich das erlassen? Und ich hoffe diese fragen konnte ich jetzt für euch beantworten Schreibt mir mal unten rein was ihr jetzt von der lokomotive hier haltet ob ihr sagt hey das ist ein guter deal oder eher nicht und Und Damit verabschiede ich mich für heute Wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt Habe ich hier ein abo button videos alles für euch verlinkt freie auswahl macht's gut bis bald